Ja, Jungs, ist der Kommi eurer Kragen weiter? Gerade recht. Ist er nicht bissel groß? Kusche, Pickel. Das reicht für heute Abend, oder? Ja! Die Dinger sind hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder, das einzige Waren für den deutschen Mann. Und flink wie ein Findhund. Genau! Wenn du das Ding aus der Tasche ziehst, dann stürzen sich die Kirschen auf euch wie Fliegen auf den Scheißhaufen. Ey, meinst du wirklich? Kusche, Pickel, nimm auf die gleiche Stelle. Was haben wir denn jetzt gemacht, Schorsch? Mensch, du alter Schrottpilot! Komm raus, setz deine Lasten auf mich! Komm! Guck mal, was du da gemacht hast. Ja, komm mit, komm! Ja, guck dir das an! Du hast mich ruiniert, Mann! 5000 Stück, feinst die Lasten, mit Fruchtgeschmack! Was denn für einen Fruchtgeschmack?